ja leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und mit einem neuen game wiederzorgen wenn ich bin ich bin gespannt ob wir was reißen ob wir gewinnen hier auf eine runde gewinnen können immer sehr gespannt und ich hoffe natürlich die views ja anders schlecht alter oh mein gott bitte ich kann es noch ändern oh mein gott ich muss das wieder ändern und ich bin krass weg nach ok es ist irgendwie nicht besser geworden egal ich muss jetzt zocken egal trotzdem die sie die sind alle richtig gut alter was sollen das geht doch alter jetzt jetzt ok die hat abgeschaut auf jeden fall die hat abgestaucht die eine spielt mit einer spielt mit shotgun habe ich gerade gehört einer spielt mit shotgun stabile 60 fps dinger ok ok ich werfe auch meine keine bildetys kaufen ok random irgendwo gespawnt stress gerade gewesen ja ok die sind alle übelst gut also ok ich muss ehrlich gesagt zugeben ich bin einfach ich hoffe einfach irgendwie das ich den wind holen weil das irgendwie gerade nicht dann noch aussieht als würde ich den wind holen langsam wird es echt stressig nachgeladen ist ja okay das geht nicht gar keinen bock das hier oh mein gott der hat eine frostbombe benutzt er so ekelhaft die frostbombe ist wirklich ekelhaft in dem game muss man ehrlich zugeben aber egal wir haben ganz gut jetzt points geholt an sich die schlucke zieht doch war junge geht anders schaden gemacht gerade ich sehe jetzt aber gerade tatsächlich kein doch da hinten war einer versuche noch mal so gut das geht geht zu machen hier noch mal die dinge zu nehmen ich kann nicht ok ja doch wir haben den wind wir haben den wind dürfen jetzt nur nicht gekillt werden nein ja ok doch wir hatten den wind doch noch ja man alter oh mein gott digga sieben mal gestorben neun headshots oha und zwölf kills gesandt und der hatte 16 nicht trotzdem gewonnen yo ok das war das war eine geile runde wir gehen tatsächlich noch mal in die nächste runde würde ich einfach mal sagen falsche waffe ich bin damit der smg an sich ganz gut wo auf wo naja lucifer gamer natürlich ich gehe tatsächlich mal auf sniper ey der hat nicht mal ne laufanimation äh ok kann sein dass er hektiker also es würde mich ehrlich gesagt irgendwie nicht wundern ich stelle mich zum prinzip hier hinten in die ecke habe ich sogar selber schaden gemacht junge noch kein stress ich bin raus ja auf einmal von zwei seiten oh mein gott digga als ob ich die geholt habe oh mein gott alter digga was geht ab ok äh in dem deal schade aber war ein geiles match auf jeden fall war keine runde hab bock gemacht nein ich bin doch gar nicht hier wenn es euch gefallen hat und ich mehr davon aufnehmen soll und auch mal mehr damit zocken soll mit dem game dann lasst es mich wissen ja lass mich dann lassen oder schreibt gerne mal in die kommentare wie ihr das game findet und ja ich würde sagen haut rein bis zum nächsten mal bis dann tschüssi ich estos haben wir die wo den können es haben wir ho ich